Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Achtung, für dich eine wichtige Info vorneweg. Du hast am Sonntag die Möglichkeit, wenn du diesen Kanal auf Abonnement und Klingel anstellst, benachrichtigt zu werden, weil am Sonntag ein neues Video rauskommt. Was kommt am Sonntag für ein neues Video raus? Am Sonntag starten wir für sieben Tage den neuen MINT vom neuen NFT-Magazin. Also das NFT-Magazin kannst du ab Sonntag claimen und kannst deine Adresse eingeben. Wenn du den Genesis-Token hast, kriegst du das Magazin nach Hause geschickt und du kannst zur gleichen Zeit das neue NFT von Marco Mori, was wirklich wieder mega geil geworden ist, minten fürs NFT-Magazin. Also ganz wichtig, halt dir den Sonntag frei, schau dir das kurze Video an. Ab Sonntag wird für sieben Tage die Möglichkeit freigeschaltet, dir das Magazin zu holen. Und du weißt, es gibt keine andere Möglichkeit, dieses Magazin zu erhalten. Das ist das seltenste NFT-Magazin und auch das erste der Welt. Wir haben es das letzte Mal in 30 Länder weltweit verschickt. Und nur wenn du das NFT dir in den nächsten sieben Tagen holst, kannst du die Ausgabe nächstes Jahr mit diesem NFT claimen. Deswegen mach dir die Benachrichtigung an, sodass du das auf keinen Fall versäumst. Du weißt, hier drunter ist ein Link zu einem kostenlosen Workshop. Zu einem kostenlosen Workshop und in diesem kostenlosen Workshop zeige ich dir ganz, ganz viel zum Thema NFTs. Und am Schluss kriegst du dort auch das Coaching angeboten. Kannst dich auch fürs Mentoring interessieren. Wenn du dich fürs Mentoring interessierst, dann melde dich bei office at mikehage.de und dann erfährst du solche Sachen, wie das, was du hier heute, ein bisschen später erfährst, so früh, dass du davon profitieren kannst. Denn wir haben natürlich Bärenmarkt momentan. Aber es gibt ein paar Sachen, die auch im Bärenmarkt jetzt sehr, sehr gut gelaufen sind. Und wie du davon jetzt noch profitieren kannst, das möchte ich dir jetzt zeigen, indem ich hier dich wie immer auf meinen Rechner draufhole. Worum geht's? Und die Glitch Gallery, die sitzt in Marfa, da war ich letztes Jahr auch, als ich in Marfa war, macht eine sehr interessante Serie, die heißt Every 30 Days. Alle 30 Tage, für einen Monat, machen sie eine Ausstellung von einem Kunstwerk online. Das erste war X-Copy, dann kam Claire Silver, dann kam Lava Labs mit dem Crypto Punk von Eric Snowthrow, dann die Math Castles. Und da war echt einiges möglich. Ich habe das, Gott sei Dank, wieder mal relativ schnell mitbekommen. Der Crypto Punk zum Beispiel hier, da konntest du, also du kannst immer während dieser 30 Tage ein Poster kaufen. Dieses, also ein NFT, das fungiert wie ein Poster und, oder kannst du dir vorstellen wie ein Poster und das kannst du minten und das konnte man hier zum Beispiel minten für 0,02 Eter. So ein Poster kostet jetzt das günstigste 0,13 Eter. Das hat sich versiebenfacht. Ich habe das sowieso meiner Coaching und Mentoring Community gesagt, weil ich meinen Telegram-Kanal habe, wo ich solche Sachen immer reinschreibe. Und so konnten ganz gemütlich ganz viele das minten. War nicht mal ausgemintet. Hat sich jetzt versiebenfacht. Also sehr geringer Einsatz, 30 Euro, hat sich erhöht jetzt auf 220 Dollar. Also das ist was, was im Bärenmarkt funktioniert, was es im Bärenmarkt gibt. Also das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ich habe dann, als ich das entdeckt habe, gesagt, hey Freunde, was ich auch noch super interessant finde, ist der X-Copy, den du hier siehst. Ich möchte schauen, dass ich mir ein Set zusammen kaufe. Habe diesen X-Copy dann für 0,15 Eter gekauft. Der war zwischendrin schon fast bei einem Eter, jetzt immer noch bei 0,67. 1.000 Dollar aus 0,15 Eter. Finde ich auch ganz interessant. Alles jetzt gerade passiert im Bärenmarkt. Dinge, bei denen du nicht viel Geld einsetzen musst. Genauso Claire Silver habe ich mir geholt. Claire Silver ist das hier. Wo haben wir es denn? Moment. Claire Silver ist der hier. Ist auch ein super geiler NFT. Moment, ich muss mal ganz kurz nachschauen, für wie viel ich den Claire Silver NFT geschossen habe. Claire Silver habe ich für 0,06 Eter gekauft. Also 0,06 Eter. Und jetzt schauen wir mal rein, was Claire Silver wert ist. Ich habe jetzt mal kurz gespickt in meinem Telegram-Kanal. Claire Silver. Wir schauen mal. Exhibition Poster. Exit through the Gift Shop. Finde ich auch ganz lustig. Schauen wir einfach hier nochmal in die Every 30 Days rein. Claire Silver sind wir jetzt bei 0,33. Also auch mehr als verfünffacht. Also da gehen lustige Sachen. Ich habe am 1. September gegeiert wie ein Irrer, weil das neue Every 30 Days rauskam. und habe geschaut und geschaut und geschaut und gab es keinen Timer auf der Page. Und dann kam Snowthrow raus. Snowthrow mit dem Chromie Squiggle Nummer 9951. Das ist ein Bold Chromie Squiggle. Und ich wollte hier für 0,02 Eter zuschlagen. Und als ich es dann gesehen habe, dass es offen ist, war es schon ausverkauft. Ich habe mir dann gedacht, heiliger Bim Bam. Da habe ich ja Gott sei Dank wieder mal relativ früh was erschnuppert. Übrigens auch ganz cool, wer ein ganzes Set hat von diesen Dingen. Also Set habe ich euch schon gezeigt. Ist das hier, also alle vier von diesen, hat diesen hier umsonst gedroppt bekommen in die Wallet. Ich habe von Anfang an natürlich ein Set gesammelt. Alle, die bei mir im Coaching oder Mentoring sind, wissen, dass ich ein großer Set-Sammler bin. Und es hat mir gleich mal eins von denen geschenkt. Und wenn wir uns das mal anschauen, gab es da für mich gleich mal 130 Dollar geschenkt. Hey, ist mal nicht schlecht. Und jetzt kommt was ganz Geiles. Und da kriegt ihr jetzt eine Info. Ich glaube, die ist da draußen wirklich noch nicht bekannt. Und deswegen lohnt es sich immer, hier in den Kanal reinzukommen und diese Sachen anzuschauen und vor allem früh anzuschauen. Bevor ich dir diese wichtige Info gebe, möchte ich allerdings auf noch eine Sache hinweisen. Und zwar auf Wins of Java Nava. Wins of Java Nava hast du sehr früh hier bei mir im Kanal auf Twitter mitbekommen. Ganz früh bei mir im Coaching oder im Mentoring. Als das noch easy zu minden war für umgerechnet 1,3 Eter. Wir sind jetzt wieder unter 10 Eter Floor. Wir waren jetzt aber wirklich zwei Tage über 10 Eter Floor. Und können uns das auch mal anschauen. Hier sind wirklich die letzten Verkäufe gewesen. 10,2, 10,65, 10,55, 10,10, 10,10, 10,5, 10,5. Also das Ding ist gegangen von 2,300 Euro auf 15,000, 16,000 Euro. Fast 17,000 Euro. Also auch das war was, was es im Bärenmarkt gibt. Aber zurück jetzt zu der Info, die die meisten Menschen glaube ich nicht haben. Und bei dieser Info handelt es sich um die Info, dass wenn du ein Holder von dieser Nummer 5, the rainbow soul of generative art Chromysquiggles bist. Kaufpreis jetzt 130 Dollar umgerechnet 0,08 Eter. Dann hast du eines von, schau mal wie viel es hiervon gibt. Es gibt immer 1000 Artikel. Dann hast du eines von 1000 dieser NFTs. Und dieser NFT fungiert als ein Los. Was wird verlost? Es wird verlost dieses Bold Chromysquiggle. Wir schauen uns mal an, was so ein Bold Chromysquiggle wert ist. Das ist nämlich nicht so wenig. Wenn wir uns die letzten Chromysquiggle Verkäufe anschauen, fast 30 Eter, 45.000 Euro. 16,5, hier wieder fast 30 Eter. Also etwas zu kaufen, etwas kriegen zu können, was zwischen 30 und 45.000 Eter wert ist. Mit einem Los, nichts anderes ist es, mit einem Los, das 130 Dollar kostet. Mit 130 Dollar eine 1 zu 1000 Chance zu haben, auf einen Gewinn von 30.000 bis 45.000 Euro. Nämlich diesen Chromysquiggle, der auch übrigens einer der am letzten geminteten ist. Nummer 9.951 von 10.000. Das fand ich so interessant, dass ich noch sechs gekauft habe und jetzt alles in allem sieben Stück davon habe. Also, heiliger Bim Bam. Ich bin hier nicht die Lotterie. Aber ich finde es total interessant. Ich habe mir jetzt das sieben Lose reingetan. Ich habe immer Glück im Leben. Wahrscheinlich gewinne es eh ich. Aber es ist eine sieben zu 1000 Chance, dieses Chromysquiggle zu gewinnen. Und das finde ich eine ganz gute Möglichkeit. Also, du siehst, wenn du in diesem Kanal bist, wenn du bei mir im Coaching bist oder im Mentoring bist und dadurch Zugang zu meinem Telegram-Kanal hast, dann hast du immer die Möglichkeit, sehr früh an Infos ranzukommen, die auch im Bärenmarkt, heiliger Bim Bam, echt viel Geld bringen. Einsatz von 0,02 Ether, 30 Euro beim Eric Snowthrow, bei Lava Labs, versiebenfacht. Dann Einsatz von 2300 Euro bei Wins of Yavanava, versechsfacht, mehr als versechsfacht. Das alles innerhalb kürzester Zeit und im Bärenmarkt. Also, heiliger Bim Bam, wenn zu dir Menschen sagen, ja, NFTs sind doch jetzt tot oder sind alle nichts mehr wert und das bringt doch alles gar nichts, dann sage ich dir, hey, wir verdienen auch im Bärenmarkt Geld und das nicht zu knapp. Wir haben viele Menschen im Mentoring und im Coaching, die haben sich einfach mal zwei Wins of Yavanava gemintet von Refiganadol. Der Refiganadol geht weltweit durch die Decke. Die Menschen flippen aus auf diesen Künstler. Floor jetzt bei 15.000, 16.000 Euro gewesen für die Dinger und Verkäufe zwischen 16.000 und 17.000 Euro. Da sitzt du halt plötzlich mal mit einem Investment von 4.600 Euro, was echt viel Geld ist, ist mir schon klar, sitzt du auf 35.000 Euro, was das wert ist. Und das im Bärenmarkt, also wenn mir jemand erzählt, da im Bärenmarkt, da gibt es doch nichts, dann sage ich, doch, im Bärenmarkt gibt es viele schöne Sachen. Du musst einfach nur wissen, wo du schaust. Und den Refiganadol, den hatte, sage ich jetzt einfach mal, außer mir keiner am Schirm. Ich habe das gesehen, ich beschäftige mich schon sehr lange mit Refiganadol. Ich habe gesehen, der Mint ist noch offen. Ich habe es in meiner Community gesagt. Es konnte jeder ganz easy und gemütlich noch vor sich hin minten. Ich habe mir drei gemintet und noch drei am Secondary gekauft, noch für 1, irgendwas Ether. Also, das sind Sachen, da musst du halt lange und tief im Space drin sein. Und das bin ich. Ich beschäftige mich Tag und Nacht mit nichts anderem als damit. Es ist halt, wenn du so wie ich beim Artblocks-Event warst und Glitch Marfa die Galerie gesehen hast und den Derek Edwards, dem die Galerie gehört, kennengelernt hast und dann siehst, hey, die machen hier every 30 days, dann den Space einfach lang genug kennst und sagst, ja, okay, aber das ist total interessant, weil die sind einfach mittendrin. Um die rum ist Kevin Rose und alle Großen im Space. Und dann zu sagen, hey, bei sowas ist es eigentlich immer gut, ein Full Set zu haben. Genauso wie es gut ist bei den Mint-Memes, ein Full Set zu haben. Wenn du diese Sachen einfach durch Erfahrung, und die habe ich einfach inzwischen, weißt, dann kannst du von solchen Dingen profitieren, kannst sie, so wie ich, meinen Coaching- und Mentoring-Teilnehmern sagen. Und dann ist eben auch im Bärenmarkt ganz vieles möglich. Du hast jetzt auf alle Fälle gehört, dass du für 130 Dollar ein Los kaufen kannst für einen Chromie-Squiggle, einen Bold-Chromie-Squiggle, sehr seltene Chromie-Squiggles. Und also, heilige Mimma, wie immer, keine Kaufempfehlung. Aber ich habe sieben davon gekauft, weil ich finde, dass das ein sehr gutes Risk-Reboard-Verhältnis ist. Ganz abgesehen davon, dass der NFT an sich, finde ich, sehr, sehr cool ist, wenn ich da mal draufgehe und hier mir diese, das ist diese Chromie-Squiggle-Tableau. Da siehst du, was du alles für Chromie-Squiggle hast. Du hast ein Normal-Rainbow, du hast ein Hyper-Rainbow, du hast ein Standard, ein Slinky, ein Fuzzy, ein Ripped, ein Bold, ein Hyper-Pipe. Du hast ein Standard Slinky, Fuzzy, Ripped, Bold, Pipe. Du hast dann die Invisible Trades, Day 0, das sind die ersten 541, genau 541. Du hast ein Harmonic, der fast vom weißen Hintergrund verschwindet. Du hast ein Full-Spectrum, wo das ganze Farbspektrum drin ist. Also, sich mit Chromie-Squiggles zu beschäftigen, macht extrem viel Spaß. Und hast du halt auf diesem Poster von Glitch Marfa drauf, finde ich mega interessant. Und wollte ich dir auf alle Fälle hier in diesem Kanal sagen, weil du weißt, das ist der Nummer 1 Alpha-Kanal für NFTs im deutschsprachigen Raum. Und es ist gut, dass du hier bist, deswegen lass einen Daumen hoch da, schreib einen netten Kommentar, freue mich immer drüber. Mach die Glocke an, sodass du nie wieder so ein Video versäumst. Und schalt am Sonntag ein, wenn wir sieben Tage lang minten, und zwar das nächste NFT-Magazin mint. Und auch die steigen schön im Wert. Also, wenn ich mir anschaue, was der Genesis inzwischen wert ist und was der damals im Mint gekostet hat, auch da ließ sich gut Geld verdienen. Ihr Lieben, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder sehen. Vans heißt All Things NFT!